Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Lord Palmerston, ein britischer Staatsmann des 19. Jahrhunderts und zweimaliger Premierminister, war für seine Frauengeschichten berüchtigt. Zu seinem skandalösen Liebesleben gehörte auch die Verfolgung junger Damen der Gesellschaft, wie der Vorfall im Jahr 1839, als er im Alter von 55 Jahren versuchte, während eines Besuchs auf Schloss Windsor das Schlafzimmer der 22-jährigen Hofdame von Königin Viktoria, Susann Brandt, zu betreten. Zu diesem Zeitpunkt war Palmerston mit Emily Cooper verlobt. Königin Viktoria hegte eine tiefe Abneigung gegen Palmerston, nicht nur wegen seiner Politik, sondern auch wegen seines unmoralischen Verhaltens. 1885 strengte Oscar Wilde eine Privatklage gegen den Marcus of Queensbury wegen Verleumdung an, nachdem Queensbury den irischen Dichter und Dramatiker öffentlich der Unzucht bezichtigt hatte. Der anschließende Prozess wurde zu einer Causa Selebre, als anzügliche Details über Wildes Privatleben mit Alfred Theler und Lord Alfred Douglas in der Presse auftauchten. Queensbury wurde schließlich freigesprochen, doch Wilde wurde daraufhin verhaftet und wegen Grober Unzucht mit Männern vor Gericht gestellt. Er wurde für schuldig befunden und saß von 1895 bis 1897 im Gefängnis. Wilde, der als einer der erfolgreichsten Dramatiker des spätviktorianischen Londons gefeiert wurde, verbrachte seine letzten drei Jahre verarmt und im Exil. Er starb am 30. November 1900 in Paris. Während des Ersten Weltkriegs wurde Roger Casement, ein irischer Nationalist und Diplomat, 1916 verhaftet, weil er angeblich deutsche militärische Unterstützung für den Osteraufstand gesucht hatte. Dieser Vorfall führte zur Veröffentlichung von Auszügen aus seinen persönlichen Tagebüchern, die gemeinhin als »schwarze Tagebücher« bezeichnet werden, bevor er wegen Hochverrats vor Gericht gestellt wurde. In diesen Tagebüchern dokumentierte Casement seine zahlreichen homosexuellen Aktivitäten, die zu jener Zeit ein Verbrechen waren. Die Verbreitung dieser Informationen hatte tiefgreifende Auswirkungen und schwächte den öffentlichen Rückhalt für eine Begnadigung, da Casement die Todesstrafe drohte. Er wurde am 3. August 1916 hingerichtet. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video. Das war es für diese Folge.